Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dinge, die mich an der Gesellschaft stören. Nee, Spaß, natürlich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Aber ich möchte mich heute mal wieder über ein paar Dinge aufreden, die mich wirklich an unserer Gesellschaft einfach stören. Und da kommen wir gleich zu Punkt Nummer 1 und ich rede jetzt einfach mal ein bisschen frei raus, deswegen heute kein wirklich geskriptetes Video. Schreibt auch gerne mal, ob ihr sowas auch mögt. Und zwar Punkt Nummer 1, man wird in Deutschland oder auch generell auf der Welt, aber ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es noch extremer, nicht dazu ermutigt, irgendwie neue Dinge auszuprobieren oder irgendwie Ziele zu verfolgen. Kurzes Beispiel, ich dokumentiere auf dem Kanal, dass mein Ziel ist, es reich zu werden. Und da kommen dann hier direkt ganz viele negative Kommentare. Ja, willst du eh nicht schaffen und was soll das und nicht noch so einer. Und da denke ich mir, hä, ist doch eine geile Sache, jemand versucht erfolgreich zu werden. Sollte man solche Leute nicht ermutigen? Also wenn mir jemand sagt, er möchte erfolgreich werden, er möchte reich werden, er möchte einen guten Körper haben oder er möchte Künstler werden, er möchte Schriftsteller werden, was auch immer. Ist doch eine geile Sache. Dann sage ich, ja geil, Mann, mach weiter so. Und das kann ich echt überhaupt nicht nachvollziehen, dass es hier irgendwie bei uns überhaupt nicht mehr begrüßt wird, sowas. Also ganz im Gegenteil, man wird direkt belächelt, wenn man irgendwas macht, was nicht normal ist. Wenn du keinen normalen Arbeitnehmerjob nimmst, wenn du einfach nur das machst, was dir die ganze Zeit gesagt wird, dann ist alles gut. Aber wenn du irgendwas machst, was anders ist, dann wirst du sofort von den Leuten belächelt und die reden negativ über dich. Und das finde ich echt einfach extrem traurig. Die Frage ist halt, was der Grund dafür ist, warum man dazu nicht ermutigt wird oder warum Leute einen belächelt, wenn man sowas macht. Vermutlich ist, weil die Leute Angst haben, dass sie sich eingestehen müssen, dass die, wenn die gewollt hätten, ihre Ziele auch hätten verfolgen können. Haben sie aber nicht gemacht, weil sie immer gedacht haben, das geht nicht. Und wenn sie jetzt aber sehen, dass es vielleicht doch geht, weil es jemand macht, dann findet es natürlich gar nicht toll, weil dann müssen sie sich selber eingestehen, dass sie vielleicht doch irgendwie ihre Ziele verfolgen könnten. Das ist eine mögliche Erklärung. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Eine weitere Sache, die mich aufregt, ist, dass jeder Mensch zu jedem Thema eine Meinung haben muss. Und da denke ich mir, hey, du musst nicht zu jedem Thema eine Meinung haben, vor allem, wenn du dich nicht auskennst. Und das ist ja das Problem. Ganz viele Menschen kennen sich in irgendeinem Themenbereich überhaupt nicht aus, aber haben trotzdem eine Meinung, weil die vor fünf Jahren irgendwo mal in irgendeiner Fernsehsendung was darüber gehört haben, dass es so ist. Und seitdem ist es so und die verteidigen diese Meinung gefühlt mit ihrem Leben. Und da frage ich mich, wieso? Keine Ahnung, ist euer Ego so stark, dass ihr zu jedem Thema irgendwie Ahnung haben müsst und eine Meinung haben müsst? Weil ich meine, es wäre ja schon sehr schwach, wenn man sich in irgendeinem Themenbereich nicht auskennt. Aber keine Ahnung, vielleicht ist es einfach mal auch stark zu zeigen, dass man sich in einem Themenbereich nicht auskennt. Ich meine, als Politiker, wenn man über irgendwelche Themen redet, dann muss man sich darüber auskennen. Aber ich als normaler Mensch, also es gibt einfach Dinge, die mich nicht betreffen. Und es gibt auch Dinge, zu denen ich keine Meinung haben muss. Also zum Beispiel das Thema Abtreibung. Ich habe dazu keine Meinung. Ich kann beide Ansichten verstehen. Ich kann die Ansicht verstehen, die komplett sagen, Abtreibung sollte komplett verboten werden. Und ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, bis zu einem bestimmten Grad ist Abtreibung sinnvoll. Und bei manchen Leuten macht es eventuell auch Sinn, dass man abtreiben lässt. Aber ich verstehe auch die andere Ansicht. Und ich habe da komplett keine Meinung. Ich will mich da nicht einordnen. Ich muss es auch nicht. Man muss nicht zu jedem Thema eine Meinung haben. Und irgendwie hat heutzutage jeder den Drang dazu. Will man dadurch allwissend sein, will man in jedem Thema Ahnung haben, es funktioniert nicht. Du wirst nicht in jedem Thema Ahnung haben können. Du musst dich nicht in jedem Thema auskennen. Also nur in den Themen, die dich wirklich betreffen. Ich finde es jetzt natürlich nicht schlecht, wenn sich jemand seine eigene Meinung bildet. Das ist ja gut. Ich finde es sogar wichtig. Ich ermutige ja jeden. Bilde dir selbst deine eigene Meinung. Aber dann informiere dich doch bitte auch selbst zu dem Thema. Und versuche dir auch wirklich deine eigene Meinung zu bilden. Und versuche nicht einfach irgendwas nachzuplappern, was du irgendwo mal gehört hast. Was mir auch noch aufgefallen ist, vielen geht es glaube ich nicht nur darum, eine Meinung zu haben. Aber vielen geht es auch einfach darum, dass sie Recht haben. Wir erkennen es nicht auf irgendwelchen Familiengeburtstagen, wo irgendjemand da seine Meinung verbreitet und unbedingt jeden davon überzeugen will, dass er Recht hat. Und ihm geht es am Ende gar nicht mehr um die Meinung an sich, sondern ihm geht es nur darum, Recht zu haben. Wahrscheinlich weiß er sogar, dass er scheiße labert. Aber er will einfach unbedingt Recht haben. Ey, der Klügere gibt nach, heißt es doch so schön. Ihr müsst nicht unbedingt Recht haben. Versucht doch euch mal zu belehren. Versucht mal die Seiten des anderen zu verstehen. Und versucht mal ein bisschen kompromissbereiter zu sein. Wenn das der Fall wäre, dann wäre die Welt ein viel, viel, viel schönerer Ort. Und so eine Meinung bildet sich auch nicht innerhalb von einer Sekunde. Also selbst wenn ihr wisst, dass ihr Recht habt, dann versucht doch trotzdem nicht so krass auf die Meinung zu pochen und jeden extrem davon überzeugen zu wollen. Ihr könnt doch einfach mal ein bisschen langsam anfangen. Versetzt euch in die Lage des anderen rein. Versucht auch seinen Punkt zu verstehen. Diskutiert ganz brav mit ihm. Und dann wird er vielleicht irgendwie, wenn ihr nett seid und versucht, seine Seite zu verstehen, dann wird es oft mal so sein, dass er dann versucht, auch deine Seite zu verstehen. Und dann kommt er vielleicht Stück für Stück immer näher zu dem Gedanken hin, hey, vielleicht habe ich ja doch die falsche Meinung. Das ist nämlich ein Prozess, so eine Meinung zu ändern. Und die geht nicht von einer auf die anderen Sekunde. Man kann niemanden oder die wenigsten zumindest schlagartig überzeugen, seine Meinung komplett zu ändern. So, und der letzte Punkt, der mich aufregt an der Gesellschaft, das sind Leute, die sich alles schön reden. Hauptsache, sie können in ihrer Komfortzone bleiben. Wahrscheinlich hat jeder schon mal den Satz gehört, die Menge macht das Gift oder alles nur in Maßen. Ja, aber wenn halt irgendwas extrem schlecht ist, dann ist es schlecht. Dann brauche ich das nicht schönzureden. Alkohol ist schlecht. Ich brauche jetzt nicht das irgendwie schönzureden und sagen, ja, ab und zu mal Alkohol ist okay. Nein, die Wissenschaft sagt ganz klar was anderes. Wer einmal die Woche Alkohol trinkt, der wird die nächsten sechs Tage körperliche Einschränkungen haben. Der wird einen niedrigeren Dopaminspiegel haben und wird langfristig dadurch unglücklicher werden. Das heißt natürlich nicht, dass ich kein Alkohol trinke. Ich trinke auch Alkohol. Aber ich fühle mir trotzdem vor Augen, was das mit mir anrichtet. Und ich weiß es und ich rede es nicht schön. Genauso zum Thema Zucker oder so. Ja, ein bisschen Zucker ist ja in Ordnung. Da haben wir was Ungesundes, da haben wir was Ungesundes. Das ist doch nicht schlimm. Ausgewogenheit. Ja, aber es ist halt einfach schlecht. Also man muss das auch nicht schön reden. Man kann es ja trotzdem essen. Ich erneite mich auch nicht immer perfekt. Aber trotzdem verschließe ich nicht die Augen davor, dass manche Dinge halt einfach schlecht sind. Und zwar richtig schlecht. Oder eine weitere Sache, die viele Leute schönreden, ist einfach ständiger Handykonsum und so weiter. Die sagen dann, ja, ist doch schön, wenn es mir Spaß macht. Ich habe dadurch Unterhaltung. Ist doch schön. Ich genieße das. Ja, aber es ist einfach extrem, extrem schädlich. Ich habe dazu auch mal ein eigenständiges Video gemacht. Checkt das gerne aus zum Thema Depressionen. Aber ja, Handykonsum ist extrem schlecht. Das macht euer Gehirn kaputt. Also das kann man nicht schönreden. Man kann es wirklich nicht schönreden. Man kann diese Tätigkeiten auf ein Level mit anderen Drogen, wie Alkohol, Kokain oder was weiß ich was, setzen. Und das ist jetzt nicht weit hergeholt, sondern das ist wirklich so, wenn man sich die Ausschüttung vom Dopaminspiegel anguckt. Handykonsum und sowas macht euer Gehirn kaputt. Und langfristig werdet ihr dadurch extrem unglücklich. Deswegen sollte man das so weit einschränken wie möglich. Und nicht einfach weggucken und sich das Ganze schönreden. Viele gucken einfach weg. Die wollen sich mit einem Thema gar nicht beschäftigen. Die machen es einfach. Wollen in ihrer ganz gemütlichen Komfortzone bleiben. Und beschäftigen sich nicht mit den Folgen. Aber die Folgen werden halt blöderweise irgendwann kommen. Man wird unglücklich werden. Oder wenn man sich einfach die ganze Zeit schlechter näht und Alkohol trinkt, dann wird man im Alter einfach krank werden. Das ist einfach so. Die meisten Krankheiten, die existieren, die kommen von schlechter Ernährung oder von einem schlechten Lebensstil. Und nicht, weil sie Pech hatten. Klar gibt es das auch. Aber die meisten Krankheiten haben eine Ursache. Und wenn man sich immer alles schönredet, dann kann man sich später auch sagen, ja, da kann ich ja jetzt nichts dafür, dass ich krank geworden bin. Ja, doch kannst du eben schon. So, und die Sache, die mich vermutlich am meisten an der heutigen Gesellschaft aufregt, ist die Tatsache, dass einfach jeder sagt, ich bin nicht der beste Fortnite-Spieler der Welt. Und das stimmt einfach nicht. Statistisch gesehen bin ich der beste Fortnite-Spieler. Ich habe bis jetzt ein Spiel gemacht und einen epischen Sieg geholt. Das heißt, ich habe eine 100%-Quote, einen epischen Sieg zu holen. Gibt es jemanden auf dieser ganzen Welt, der das auch geschafft hat? Ich bezweifle das. Ich bezweifle das ganz stark. Von daher bin ich der beste Fortnite-Spieler auf der Welt. Und der letzte Punkt, der mich aufregt an der Gesellschaft, gehört eigentlich ein bisschen zum ersten Punkt dazu. Und das ist unsere extrem krasse Neid- und Nichtsgönnerkultur, die wir hier haben. Was ich einfach extrem traurig finde. Also warum soll man anderen Leuten irgendwas nicht gönnen? Also wenn die dafür gearbeitet haben, ist doch geil, Alter. Für mich gibt es nichts Motivierenderes als Leute, die hart für ihre Ziele gearbeitet haben und dann auch ihre Ziele erreicht haben. Das ist für mich pure Motivation. Ich finde doch sowas geil. Sowas sollte man unterstützen. Aber die meisten versuchen dann irgendwie schlecht zu reden. Ich finde halt, es gibt zwei Arten, wie man mit erfolgreichen Menschen umgehen kann. Also man kann jetzt entweder sagen, hey, ich bin neidisch auf den im negativen Sinne, dass ich sage, boah, der hat bestimmt irgendwas Kriminelles gemacht. Oder der ist bestimmt ein schlechter Mensch, wenn der so viel Geld hat. Und er das einfach irgendwie schlecht redet. Oder das, was ich mache, was ich schon immer irgendwie seit meiner Kindheit mache, unterbewusst. Ich denke immer, boah, geil, das will ich auch. Mich motiviert sowas. Und das ist doch viel besser, wenn man erfolgreiche Menschen als Motivation sieht und nicht versucht, die irgendwie schlecht zu reden. Also das verstehe ich einfach nicht. Wenn es keine Menschen gäbe, die erfolgreicher wären als ich, dann hätte ich fast keine Motivation, auch erfolgreich zu werden. Also das ist doch das Beste, was es gibt, erfolgreiche Menschen. Die motivieren einen, auch erfolgreich zu werden. Also deswegen verstehe ich echt nicht, warum manche Menschen, die einfach niedermachen und irgendwie einen Grund suchen, da jemanden zu haten, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gibt. Macht für mich irgendwie gar keinen Sinn. Aber das ist ja auch so eine interessante Sache. Man hatet ja irgendwie nur Menschen, die erfolgreicher sind als man selber. Also jemand, der sehr erfolgreich ist, der wird meistens nicht von jemandem gehatet, der noch erfolgreicher ist. Deswegen ist es ja offensichtlich, dass man eine Person hatet, weil sie eben erfolgreich ist. Man sagt es zwar nicht, man sucht sich dann irgendwelche anderen Dinge raus, über die man schlecht reden kann. Aber im Grunde geht es einfach nur darum, dass die Person erfolgreich ist und man selber nicht. Deswegen werden auch nur erfolgreichen gehatet. So, das war heute mal wieder ein bisschen ein freieres Video. Ich habe einfach drauf losgesprochen. Deswegen ist wahrscheinlich wieder nicht ganz so viel Struktur drin. Aber ich finde es auch mal ganz entspannt, einfach so die Meinung frei zu sagen, ohne da jetzt irgendwie vorher ein Skript zu schreiben. Ich hoffe, das kommt trotzdem rüber und ihr könnt meine Punkte verstehen. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob es noch andere Dinge gibt, die euch so richtig an der heutigen Gesellschaft aufregen. Natürlich ging es in dem Video jetzt nur um die negativen Dinge, die mir an der Gesellschaft auffallen. Es gibt aber natürlich auch ganz viele positive Dinge. Und ich will jetzt nicht grundlegend sagen, dass die Gesellschaft scheiße ist. Das stimmt nicht. Es gibt auch ganz viele tolle Menschen und ganz viele tolle Sachen an unserer Gesellschaft. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.